Und auch hier Vorstellungen bei der D-D-Rolle in der 18-Jahre mal wieder 70 groß gewordenen Er beschritt bisher auf vier Kämpfe in der D-Klasse mit dem ausgegangenen Sinn, wurde mir leider nicht begegnet Er kommt vom Westen-Gilb-Auswohnert in seiner Seite in der Kahn-Kerloch, welcher zukommt ihm hier in München? Die Kollege Zerreria Tsugami! Die Blaue Hänge, 19 Jahre, 1,78 Meter groß und exakte 65 immer Er beschritt bisher fünf Kämpfe, wie die ausgegangen sind, wurden mir auch lieb mitgeleitet Er kommt von Athletic Sports aus Oberhausen In seiner Seite in seiner Trainer Andreas Maslanger und Roman Lobich Er war Jugendmeister, die Blaue Hänge, Semi Maikow! Wie gesagt, er hat er in dieser Kahn bis einmal gesetzt über fünf Runden an zwei Minuten Ringfrei, Runde eins, Round one! Rundfunk Gось Gerechtigung Ja, ja, ja. Das war's für heute. Applaus 3, 2, 1, 2, round 2. Applaus 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.